Wir haben einen Geburtstagskist heute unter uns, den 40. Geburtstag im Kreise seiner Liebsten, so verbringen zu dürfen, es ist natürlich etwas Schönes und Besonderes. Nein, ganz im Ernst, bevor es jetzt gleich heiß wird, haben wir gedacht, wir bereichen hier noch ganz schnell eine Torte und alles, alles Gute zum Geburtstag, vor allem die viel Gesundheit, nicht nur für dich, für die ganze Gruppe.